Schön, dass Sie da sind, Shepard. Was haben Sie geplant? Etwas ohne einen Kampf gegen Reaper. Die Bar haben Sie noch nicht erobert. Hab ich schon erkundet. Aber wenn das schon mein letzter Tag ist, würde ich mich danach auch gern daran erinnern. Und? Ich hatte eine Idee. Wohin gehen wir? An einen verbotenen Ort. Manches ändert sich nie, oder? Gibt es etwas, das Sie vor Ihrem Tod unbedingt noch tun wollen, Shepard? Bin zu sehr mit Leben beschäftigt. Und Sie? Während meiner ganzen Zeit bei C-Sicherheit hatte ich immer einen Wunsch. Einmal rauf ins Präsidium gehen. Ich hab's aber nie gemacht. 137 Regeln haben es mir verboten. Haben Sie sie geändert? Nein. Heute sind sie mir einfach egal. Es ist an der Zeit, mal was richtig Dummes zu tun. Vielleicht ist es unsere letzte Chance. Es ist etwas belebter, als ich dachte. Wollen wir in den Pool springen? Schwimmende Torianer sind wirklich kein schöner Anblick. Strampeln und Spritzen unterbrochen von spontanem Ertrinken. Stimmt. Ich müsste Ihnen nur wieder den Arsch retten. Zum Ausgleich für die vielen Male, wo ich Ihren gerettet habe. Noveria, Feroz, Ilos. Es war schon ein Wahnsinnstrip, oder Shepard? Dieser Wahnsinnstrip hat Ihnen zugesetzt, Gareth. Bei jedem Treffen eine neue Narbe. Lassen Sie etwa langsam nach? Heben Sie die Hand, falls Sie noch nie tot waren. Ehepunkt. Bevor wir zurückgehen, müssen wir noch eine Sache ein für allemal klären. Ich sage nicht, dass Sie nicht mit einer Waffe umgehen können. Aber manche können damit tanzen. Finden wir heraus, wer wirklich der bessere Schütze ist. Die meisten, die mich in der Galaxie in Action gesehen haben, wirkten durchaus beeindruckt, Gareth. Aber ich habe Sie tanzen sehen, Shepard. Kein Kommentar. Ha, Vakarian, Sie werden verlieren. Und keine Sorgen. Ich habe Übungskugeln geladen, falls Sie daneben schießen. Das war einfach. Und sollte nur Ihr Selbstvertrauen stärken. Große Distanz? Darin bin ich Experte. Das schafft kein Lebewesen. Nicht mal Shepard. Geben Sie mir was Schweres. Ich sage dir was Schweres. Zur Seite. Und los. Kein Lebewesen. Aber ich war ja schon tot. Also schön, nächstes Mal nehmen wir eine Herde wilder Klixen dazu. Dadurch trennt man Anfänger und Profis. Ha, 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 ha. Ein hübsches Fleckchen, Ash. Ja. Die ganzen Shuttles erinnern mich an meinen Dad, wie er sich reisefertig gemacht hat. Mama hat uns allen Eis gekauft und zur Werft gebracht, damit wir den Start seines Frachters sehen konnten. Am liebsten würde ich immer noch jedem Allianz-Schiff hinterherwinken. Sie sollten Sarah herbringen. Sie sollten Sarah herbringen. Mach ich. Wenn sie soweit ist. Die Ruhe wird ihr gefallen. Sie war nie so ein lauter Wildfang wie ich. Sie beide standen sich wohl nahe. Vielleicht. Dad verstand mich. Leider kannten sie ihn nicht. Er hätte sie gemocht. Glauben Sie? Ein echter Berufssoldat? Unbedingt. Er hätte sie zu uns eingeladen, den Grill angeworfen und ihnen dann ein Ohr abgekaut. Das klingt gut, Ash. Aber im Moment kann ich einfach nur an Sie denken. Bringen Sie die starken Arme der Citadel etwa auf dumme Gedanken, Commander? Mag sein. Dann habe ich vielleicht eine Frage an Sie. Was? Nun, vor langer Zeit war einmal etwas zwischen uns. Etwas Wichtiges. Sie haben mich ganz unten gesehen. Sehr peinlich. Sie waren da, als meine kleine Schwester gelitten hat. Ich hab auf sie gezielt, Shepard. Ich meine ja nur, wir haben viel durchgemacht. Ich muss wissen, haben wir eine Zukunft? Ich will mehr, Ash. Für mich gibt es niemand anderen. Das ist gut. Ich würde ungern jede dahergelaufene Table Dance-Schlampe K.O. schlagen, die es auf sie abgesehen hat. Sehr romantisch. Das mögen Sie doch. Wirklich nicht? Nein, Sir. Das mögen Sie doch. Rex. Shepard. Es ist Besucher nicht gestattet, Waffen auf die... Was machen Sie da? Ich weiß alles. Wir bieten Ihnen unsere besten Wissenschaftler für den Tegelbau und die Unterstützung unserer Flotte. Fahrt sich das Heiden mit der Sabotiven. Denken Sie darüber nach. Es ist Ihre Entscheidung. Woher haben Sie das? Wix war nicht meine einzige STG-Quelle. Oder dachten Sie, ich wäre so dumm wie mein Bruder Reef? Was haben Sie getan? Warum sollte es Sie verraten, Rex? Wir beide kennen uns so lange und können es mit der ganzen Galaxie aufnehmen. Netter Versuch. Aber Worte helfen Ihnen diesmal nichts, Schreppard. Ich ehre unsere Freundschaft, indem ich es mit einer Kugel in den Kopf Schnee mache. Eines noch bevor Sie sterben. Wir unterstützen die Erde nicht mehr. Wenn mein Volk ausstirbt, dann auch das Ihre. So muss es doch nicht enden, Rex. Es hätte schon noch Wörmeier so sein sollen. Aber ich habe den Fehler gemacht, Ihnen zu trauen. Ich weiß, was Sie getan haben, Schöpard. Warum war er so wütend? Ich weiß nicht. Einfach durchgedreht. Achtung! Kroganer sind so. Liegt an der Gelophage. Wer keinen Sinn im Leben sieht, dreht durch. Ist ja auch egal. Wir machen einfach wieder sauber. Okay, Leute. Gehen wir es an. Und sagt der Leichenhalle, wir haben wieder eine Lieferung. Wenn der Sarg dafür zu klein ist, entsorgen wir die Leiche im Weltraum. Das hier liegt unter schwerem Reaper-Beschuss. Aktivität auf fast dem ganzen Planeten. Und der Tempel? Erreichen Sie die Wissenschaftler? Negativ. Alle Kanäle auf allen Frequenzen gestört. Die Mission ist höchst riskant. Die Sache ist zu wichtig. Jetzt oder nie. Shepard, es geht um meine Heimat. Ich muss gehen. Dann ab zum Shuttle. Es geht los. Liara, haben Sie noch etwas über dieses Artefakt? Die Koordinaten der Ratsherren gehören zum Tempel von Athain. Meine Mutter hat mich einmal dorthin mitgenommen. Er ist mehrere tausend Jahre alt. Und aus irgendeinem Grund wird er über geheime Regierungsgelder finanziert. Klingt, als wären wir auf der richtigen Spur. Was ist, wenn wir zu spät kommen? Mein Volk stirbt da unten. Ihr Mitgefühl ist eine Schwäche. Sie müssen lernen, Verluste einfach hinzunehmen. Ich weiß, es ist schwer, Liara, aber er hat recht. Man könnte den ganzen Tag damit verbringen, Opfer zu zählen. Stattdessen sollte man sie rächen. Tut mir leid, so kalt schnäuzig kann ich nicht sein. Der Krieg lässt einem manchmal keine Wahl. Meine Heimat. Jetzt ist keine Zeit zum Tauern. Wir sind hier oben völlig ungedeckt. Dann runter. Die Barriere wurde durchbrochen. Commander, wir reden später. Gehen Sie an das Geschwütte, lassen Sie es krachen. Jemand wollte Sie nicht mehr wegziehen. Feindliche Feder auf der Brücke. Bitte halten Sie mich auf. Feindliche Feder auf der Brücke. Feindliche Feder auf der Brücke. Feindliche Feder auf der Brücke. Gehen Sie mich nicht mehr auf der Brücke. Reindliche Feder auf der Brücke. Kommander, ich bin Lieutenant Curran. Wir haben Sie erwartet. Mein Befehl lautet, dieses Raster unbedingt zu halten. Barriere abstützen! Aber unser Quadrant kann nicht standhalten und ich bringe meine Leute hier raus. Das hier ist wichtig. Wir brauchen Ihre Hilfe. Sie müssen mir schon einen guten Grund zum Bleiben geben. Für einen Haufen Schutt opfern wir nicht unser Leben. Das ist zu kompliziert. Ich muss in den Tempel und Sie werden mir dabei helfen. Zu spät. Unser Außenposten hat den Kontakt zu den Wissenschaftlern dort verloren. Ich muss Sie trotzdem erreichen. Jägers darf bereit machen. Sofort! Ich opfere nicht meine Leute, nur weil ein Mensch, den ich noch nie gesehen habe, es verlangt. Ich kenne sie nicht. Aber wenn ich meine Leute nicht abziehe, werden sie alle sterben. Moment! Verani Curran. Sie wollten Soldatin werden, als Sie die Destiny Ascension zum ersten Mal sahen. Aber Sie sind Kriegsmühen. Von der Niederlage erschöpft und voller Sorge, dass Ihnen jetzt der Mut zum Weiterbein bringt. Beide Götten! Sind Sie... Mit Entschlossenheit kann der Krieg enden. Er weiß genau, wovon er redet. Ganz ohne Zweifel. Hier, Lieutenant Curran. Stellung halten. Räumen Sie einen Pfad zum Tempel frei. Außenposten Tykes. Zu Ihnen sind Leute unterwegs. Die Galaxie soll wissen, dass der Krieg auf Tessia gewonnen wurde. Geben Sie alles. Die Galaxie soll wissen, dass der Krieg auf Tessia gewonnen wurde.